Jo Freunde, wir können wieder gratis Sachen bekommen, das Ganze ein Creator-Event, was ab heute, ab jetzt 15 Uhr startet, was ihr da machen könnt, was ihr gewinnen könnt und so weiter, gehe ich mal kurz für euch durch. Ich bin auf der offiziellen Epic Games Neuigkeiten-Seite und ihr seht schon, schließt euch euren liebsten Fortnite-Content-Creators an im neuen Kreativ-Wahnsinn-Event. Liebe liegt in der Luft. Also das Ganze gerade erst hier hochgeladen von Fortnite und es ist einfach hier ein Kreativ-Modus-Wettkampf hier mit Content-Creator aus Deutschland. Wer dabei ist, gucken wir uns gleich mal an und wir können uns hier ab dem 7. Februar, also ab heute, 15 Uhr anmelden. Also ab jetzt könnt ihr euch anmelden direkt hier auf der offiziellen Webseite, gehen wir gleich mal drauf und jeder, der halt irgendwie mitspielt, kann halt wirklich was gewinnen. Wir können nämlich hier diese Sachen gewinnen. Einmal, wenn wir uns direkt anmelden, bekommen wir dieses, ich denke Emoticon ist das und wenn wir hier 30 Minuten lang auf dieser Karte spielen, dann bekommen wir hier diese Spitzhacke einfach mal so gratis. Die Karte ist einfach hier 7266-3680-0768. Können wir uns gleich nochmal angucken. Ist einfach eine, ich denke mal so eine Dead-One-Karte. Schauen wir uns gleich mal an und da 30 Minuten drauf spielen, dann bekommen wir die Spitzhacke generell einfach hier anmelden, hier oben auf der Webseite, dann bekommen wir schon direkt das Emoticon. Gehen wir gleich mal drauf auf die Seiten. So, dann haben wir aber die Chance mit unseren Lieblings-Fortnite-Creatern zu spielen. Wir können nämlich von heute 15 Uhr bis zum 14. Februar um 15 Uhr auf dieser Kreativ-Wahnsinns-Map spielen und dann eine Bestzeit machen und diese Bestzeit können wir einreichen einfach, indem wir hier das Video auf YouTube hochladen und vorher natürlich hier uns registrieren und dann werden die eingereichten Videos hier durchgeschaut in dieser Zeit vom 15. bis 22. Februar und dort können die Besten dann mit den Creatern zusammenspielen. Am 12. März bei den Finals hier, da geht es dann um insgesamt 100.000 Dollar. Richtig heftig, deswegen, falls ihr Bock auf Geld habt, irgendwie zu was zu gewinnen, macht auf jeden Fall mal mit, gucken wir uns gleich mal an und ja, hier Qualifikation, Zeitplan, wer 26. und 27. das zählt nicht mehr für die Gratis-Items, sondern einfach nur für das Geld, nur zur Info und wer ist dabei in Deutschland? Stand ist dabei, SU Fix, Lofty, HeyStan, Savile, MBK und TutuTV. Also das die Creator, die hier in Deutschland dabei sind, die Deutschland quasi vertreten und dort könnt ihr dann so gesehen auch mitspielen. Ähm, ich gehe mal auf die offizielle Website hier, von dem Kreativwahnsinn, okay, so sieht das aus, los geht's, loslegen. Ich war noch nicht drauf, ich bin gespannt, alles klar. Ähm, wir müssen uns da quasi einfach anmelden, ihr seht gerade, ich bin schon eingeloggt hier, deswegen, falls ihr nicht eingeloggt seid, automatisch einfach mit euren Epic Games Daten einloggen hier und dann müsst ihr hier einen Creator wählen. Das Ganze hatten wir schon mal, war einfach ein Deathrun, da konnten wir die Zeit einreichen, also einfach quasi hier, ähm, Creator wählen. Zum Beispiel Standardskill, dann Region wählen, das wäre quasi hier einfach dann Deutschland auswählen und dann müsst ihr eure Daten eingeben, das mache ich natürlich jetzt nicht. Ähm, zudem noch hier auf jeden Fall eine E-Mail, die ihr auch erreichen könnt, falls natürlich dann ihr wirklich gewinnt, dann müssten die euch natürlich irgendwie erreichen können. Eure Zeit hier eintragen, die ihr geschafft habt, äh, das wird ja immer angezeigt bei dem Spiel selber und dann das YouTube-Video hier, wichtig, noch unten als URL einfach eingeben. Ja, das eigentlich dazu, Einsendung, äh, keine vorhanden, könnt ihr euch dann angucken, Infos könnt ihr euch nochmal angucken hier, hier einfach registriere dich, also einfach jetzt hier registrieren, dann bekommt ihr schon das Emoticon und dann einfach die 30 Minuten spielen, mindestens vorgestellte Insel, dann bekommt ihr hier die Spitzhacke. Und ja, mehr braucht ihr nicht machen, ich gehe nochmal hier drauf, das ist die Map, die wir spielen müssen, äh, Synthways Qualifier Creative Mayhem 2. Und, ähm, ja, das ist einfach die Qualifikations-Map hier, ist, denke ich mal, eine normale Deathman-Map, die wir spielen müssen und das, wie gesagt, der Code, äh, 7266-3680-0768. Das müsst ihr zocken und das 30 Minuten, dann bekommt ihr die gratis Spitzhacke. Das auch alle Infos zu diesem, ähm, Event, zu diesem Video, zu den gratis Sachen und wie ihr dann die Chance habt, mit den Creatern, äh, selber zu zocken. Ich setze euch nochmal die ganzen Links, in die Beschreibung, könnt ihr dann draufgehen, könnt ihr euch selber nochmal durchlesen, könnt ihr euch dann anmelden, Zeit einreichen und so weiter, habt ihr gesehen, wie es gerade funktioniert und das zu diesem Video. Wenn euch das ganz gefallen hat, gerne like da lassen, teilt es gerne mit euren Freunden und dann würde ich sagen, war es das erstmal damit und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.